Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute geht es um die Silbertrilogie, genauer gesagt um Teil 1. Das erste Buch der Träume. Erstmal zum Cover. Ich finde das wirklich sehr, sehr gut gelungen. Genau wie bei der Rubin-Reihe gibt es hier sehr viel zu entdecken und das finde ich wirklich sehr, sehr schön. Auch der schwarze Umschlag gefällt mir sehr gut mit den silbernen Verzierungen. Es passt alles sehr gut zusammen. Worum geht es? Die Protagonistin Liv zieht mit ihrer Mutter und ihrer kleinen Schwester nach London. Dort trifft sie auf eine Jungengruppe, die sie einladen mit ihnen zusammen ein Spiel zu spielen. Denn die Jungen haben an Halloween einen Dämon heraufbeschworen, der sie nun in ihren Träumenheim sucht. Und sie fühlen sich dazu genötigt, dieses Spiel fortzusetzen, um den Dämon endgültig zu befreien. Die Protagonistin Liv schließt sich der ganzen Sache an. Worum es eigentlich geht, sind Träume. Und zwar hat jeder Mensch eine Traumtür, durch die er in einen Korridor gelangt. Und Liv und ihre Freunde können durch diese Türen hindurch gehen und andere Menschen in ihren Träumen besuchen. Die Idee an sich gefällt mir sehr, sehr gut. Und auch hier hat Kerstin Gier sich wieder einmal übertroffen und einen unglaublich guten und treffenden Einblick in die Gefühle eines Jugendlichen geschaffen. Ich muss sagen, ich finde die Geschichte wirklich sehr, sehr gut. Ich habe die auch als Hörbuch gehört und ich glaube, ich habe sie bestimmt schon 30 Mal gehört. Es macht wahnsinnig viel Spaß. Es ist immer wieder eine tolle Geschichte. Und es gibt sehr, sehr viel zu lachen. Ich bin ein absoluter Fan der Silbertrilogie und kann euch nur empfehlen, sie entweder zu lesen oder zu hören. Ich habe sie auf Spotify runtergeladen und höre sie mir da regelmäßig an, wenn ich zum Sport fahre. Das war's für heute mit meinem Video zu Teil 1 der Silbertrilogie. Ich will noch ganz kurz sagen, die Bücher eignen sich für alle ab 13 Jahre und kosten jedes 19 Euro. Ich wünsche euch eine tolle Woche, ein schönes Wochenende und ganz viel Spaß beim Lesen.